Wow, ein glitzernder Tornado! Willst du noch mal sehen? Ja, schüttel noch mal. Hallo! Hallo, Walens! Wir machen heute ein Tornado im Glasexperiment. Und da ist volles Wasser. Ein Glas gefüllt mit Wasser. Und da ist Haft. Verschlüsse. Und da ist der Deckel. Der Deckel. Und Lebensmittelfarbe und Spülmittel. Und daraus machen wir ein Tornado im Glas. So, wir machen jetzt folgendes. Wir tun jetzt Spülmittel ins Wasser rein. Yeah, Tester! Spülmittel ist Tester. Und dann machen wir da ein bisschen Spülmittel rein. Warum? Wirst du gleich sehen. So. Und jetzt machen wir ein bisschen Lebensmittelfarbe rein. Ja, komm, hilf mir. Oh, ich bin so viel drauf. Ja, so viel drauf. Noch ein bisschen. Gut. Das ist hier. Gut. So. Wow! Das sieht so schön aus. Grüne. Ja. Es wird grün. Da ist keine Vieh. Doch. Wo denn? Wie hier. Wirklich? Ja. Fantastisch. Und jetzt machen wir unser Glas zu. Ich mache. Mit Deckel. Ich helfe dir mal jetzt. Ja, jetzt machen wir unser Glas zu. Papa! Papa, ich mache. Ja, mach es. So. Gut. Und jetzt machen wir Tornado. Guck mal. Jetzt machen wir Tornado. Und jetzt, Valencia, müssen wir das Glas nach rechts um die eigene Achse schütteln. Und so entsteht dann Tornado. Tornado. Guck mal. Wow, riechiger Tornado. Ja. Wow. Wir haben unser eigenes Tornado erschaffen. Fantastisch. Fantastisch. Ich. Super. Bitte. Macht ihr Spass? Nee. Mit Tornado zu spielen? Ja. Mit Tornado spielt man nicht. Ja. Aber mit unseren Schen, nicht mit ich. Super. Und jetzt machst du wieder Tornado? Ja. 30, 30, 30, 30, 31. Mach ein grüner Tornado. Wow. Schau, Valenti. Sehr gut gemacht. Mach. Ich mach ein grosses Tornado. Ja, du hast ein grosses Tornado gemacht. Ich spiel noch. Super. Jetzt, jetzt, ich noch mal. Mach's noch mal. Mach. Ich dachte, ich will dich noch mal. Guck mal. Ich hab's schön gemacht. Ja, du hast schön gemacht. Aber nicht drin drin. Nein, darf man nicht drin. Da ist Spürmittel drin. Weil das ist zu gefährlich. Genau. Du kennst dich aus. Nochmal. Yeah. Schüttel, 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 schüttel. Und zeig dein Tornado. Kuckuck, ich seh euch. Du siehst uns. Ich seh dich. Und ich seh dein Tornado. Ich auch. Super. Hallo. Hallo. Und wir machen jetzt noch was Besonderes. Kiffer. Genau. Wir machen Glitzereien. Okay? Yeah. Aber ich. Ja. 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 Bisschen Schaub. Nur ein bisschen. Cool. Zu viel. Jetzt machen wir Dekki zu. Wow. Wow, wie schön das glänzt. Du hast so viel Glitzer eingetan. Schön. Schön. Und jetzt schütteln wir Dekki. Wow. Ein Glitzernder Tornado. Kann ich nochmal. Ja, schüttel nochmal. Guck mal, so viel Glitzer hast du reingetanzt. Kann ich nochmal. Das sieht man kaum den Tornado. Da sieht man kaum den Tornado. Darf ich auch mal? Ja. Einmal? Ja. Ja. Das ist eine Tornado. Das hat noch niemand gesehen. Und wir gesehen. Und wie haben es den Tornado gemacht? Ungesehen! Ungesehen! Und jetzt nochmal! Schau mal! Wow! Wow! Sieh doch! Siehst du? Wow! Guck mal! Welche Farbe hat Tornado? Lila! Und grün! Grün! Lila glänzend und grüne Farbe hat Tornado. Hat es dir gefallen, dein eigenes Tornado zu machen? Ja, mir hat es gefallen! Noch da noch nicht mal! Und da waren noch Glitzer drin! Fantastisch! Ja! Viele! Ja! Und dann? Tschüss! Tschüss!